Das gute Erfolg-Standort ist, dass man meistens die Leute dort erkennt und so ist es ein bisschen persönlicher oder familiärer. Mich motiviert jeden Tag zur Arbeit zu kommen, damit ich das Team sehen und die Kunden sehen kann, mit ihnen zu reden und sie zu bedienen. Am Morgen sind meine Hauptaufgaben Frischware entgegen sowie das Einräumen der Ware. Ich schätze an meiner Arbeit den Austausch zu den Kunden, weil es einfach Freude macht. Für mich sind Schichtarbeiten im Volk von Vorteilen, weil man frei hat, wenn andere arbeiten müssen und wenn man zum Beispiel am Abend arbeiten muss, kann man am Morgen ausschlafen. Ich finde Kurs von der Academy super. Durch Vor- und Nachbearbeitungsaufträge können die Mitarbeiter das Gelernte gerade super in der Praxis umsetzen. An meiner Arbeit macht mir am meisten Spass, das Planen und das Durchführen vom Volktag und das Bestellen und Präsentieren von den saisonalen Verkaufspunkten wie Weihnachten und Ostern. Ich habe von den Volk-Benefits schon profitiert, habe ein vergünstiges Handy-Abo und habe auch ECO-Checks kaufen können. In meiner Verantwortung liegen die Kennzahlen, die Mitarbeitergespräche, die von der Ladeleiterin bis zum Mitarbeiter gehen. Was ich am meisten an meiner Arbeit liebe, ist, wenn ich draussen in den Lade bin und die Umsetzungen sehe, die ich auch mit den Leuten gesprochen habe. bis zur Zeit, dann bergängig! Bis zum nächsten Mal. Bygeler 2